Der Epson Colorworks C4000 Series ist ein kompakter Desktop-Farbetikettendrucker. Er bietet bereits im Einstieg eine hohe Flexibilität bei minimalen Kosten in der Anschaffung sowie im Verbrauch. Der C4000 ist mit der Epson Precision Core Druckkopf-Technologie ausgestattet und arbeitet mit einer Druckauflösung von 1200 x 1200 dpi. Der Drucker ist ideal geeignet für den kurzfristigen hausinternen Etikettendruck von kleinen Druckauflagen. Die C4000 Series bietet Modelle mit einer Druckbreite bis 108 Millimeter und eine Druckgeschwindigkeit bis 100 Millimeter pro Sekunde an. Die aus der Epson Colorworks Serie bekannte Bedienungs- und Benutzerfreundlichkeit ist auch bei dem C4000 vorzufinden. Die Integration des Druckers kann neben der USB- und Netzwerkschnittstelle über einen optionalen WLAN Dongle erfolgen. Zur Verwendung kommen hochwertige Pigmenttinten, die schnell trocknend, lichtbeständig sowie wisch- und wasserfest sind. Der Drucker besitzt vier Farbpatronen mit jeweils 50 Milliliter Inhalt. Eine Zusatzfunktion ist das Spot Color Matching Tool, über dieses die Farbanpassung vor dem Druck vorgenommen werden kann.